Wilson, danke, dass Sie gekommen sind. Danke für die Einladung, Sir. Ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht an Ihren neuen Look gewöhnt. Naja, die meinten Schnurrbart weg oder Wahlsieg weg. Also, Wilson, wir waren in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung. Aber ich möchte noch einen Versuch starten, Captain America in ein offizielles militärisches Amt einzuführen. Und wenn wir uns mal nicht einig sind, wie mit einer Situation umzugehen ist, was dann? Ich zähle auf Sie, Sir. Wir führen die Welt in eine bessere Zukunft. Eishenor! Sir, Ihr innerer Kreis wurde infiltriert. Entweder können Sie es nicht sehen, oder Sie wollen es nicht. Und wenn es eine Falle ist? Die globalen Machtverhältnisse verschieden sich. Sie sind nur eine Schachfigur. Sie sind vielleicht Captain America, aber Sie sind nicht Steve Rogers. Sie haben recht. Bin ich nicht. Sie ist wiederst reference. MIGROT-S rewindiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017